das hier kenne ich schon alles was ist das hier transportation ach so das ist einfach nur das sind einfach nur transportation sachen hier kann ich wie gesagt runterfallen da krabbelt viel zeug rum an dass ich von hier aus nicht ankommen da müsste ich außen rum gehen genau so weiß ich immer noch nicht wo der watcher sich versteckt hat jetzt ja gut gucken wir uns erst mal weiter in dem raum um wo die ganze kacke am dampfen war hall of icturas seal da bist du hoch okay da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin genau roll hinter mir okay quicksave laden dann alles nochmal machen bitte das habe ich schon geplündert gehabt gell ja da habe ich aber noch so ein bändchen drin und der rest ist leider nichts wert da ist schon irgendwas runter gefallen okay Ah, du-du-dup-dup. Joach. Ich sehe gerade, es sind zwei von ihnen. Ups. Egal. Hier kann ich mich in Ruhe heilen. Und kann hier wieder hoch. Das war der falsche Zauber. So, einfach mal da durchballern. Den krieg ich auch noch irgendwie. So. So. Waren das jetzt alle? Dich krieg ich auch noch tot. So. Ich weiß ehrlich nicht, wie viele Gegner ich jetzt hier noch habe. Ich mach mal Quick Save, sicherheitshalber. In der Hoffnung, dass nicht alles abkackt. Und reinige erstmal hier den Raum. So, dann muss ich wirklich mir alles... Oh, Treppe runter. Oh, hi. Das könnte etwas problematisches sein. Okay, gegen Feuer bist du immun. Na, komm her. Alrighty în concert. Um. Genie. So. So. so, das war's du dann können wir jetzt mal wieder nach oben gehen das heißt, überall wo wir hier runterfallen landen wir in dem hinteren Gebiet hier da kommen wir wahrscheinlich irgendwo hier wieder raus das können wir uns nachher angucken ich will jetzt erstmal wieder hier rein so, welchen Teleporter habe ich jetzt genutzt den oberen habe ich genutzt okay, der portet mich nur raus und der da ist auch nur aufgegangen weil ich die Sachen extinguished habe sieht ganz da noch aus erstmal wieder nach oben erstmal wieder hier rein oh, die haben wir auch noch ja, du könntest ein bisschen anstrengend werden aber dich kriegen wir auch noch irgendwie tot das wäre ein schöner Backstep gewesen Piercing Strike der war nicht schlecht das war ein Backstep oh, das war der Gegner gut das hier sind übrigens die gefährlichen Hallen der Teleporter bringt mich auf die andere Seite oh, achso das ist Dings hier habe ich das Muramasa Blade gefunden gehabt stimmt ich weiß aber halt immer noch nicht, ob ich hier jetzt fertig bin hier bin ich jetzt wieder hier drin oh, ouch weil ich auch zum Beispiel nicht weiß, was runtergefallen sein könnte naja gut die Ebene selber sieht recht komplett aus ich bin nur unten noch nicht fertig ups ah, Panik ah, Panik geritzt weil es auch was wir an Erfahrungspunkten hier noch mitnehmen können ist wichtig und bei ihr muss ich aufpassen sie wäre fast gestorben so so Pogen wieder in die Hand nochmal Quicksafe oh, das ist nicht schön oh, das ist nicht schön